Jo meine Freunde, mein Name ist Viva, Outpipio Viva vom Professional Board & Online Gaming und ich darf euch recht herzlich begrüßen und zwar zu meinem allerersten Video im Jahr 2016. Grund dafür ist, dass ich mich eigentlich in den letzten Wochen ein wenig von der Gaming- und YouTube-Szene distanziert habe und schuld daran waren letztendlich Weihnachten und der Jahreswechsel. Aber jetzt bin ich wieder voll und ganz für euch da. Einige haben es ja sicher schon mitbekommen, ich bin jetzt eher mehr auf der Playstation 4 aktiv aufgrund dessen, dass ich mich ein wenig mehr als üblich wieder mit der Call-of-Duty-Szene auseinandergesetzt habe und auch wieder mehr Call-of-Duty-Spiele. Kompetitiv muss ich dazu sagen, wird bei mir nicht mehr kommen, das heißt den Wettbewerb, die Turniere, das überlasse ich meinen Membern im Klaren, die sollen sich damit beschäftigen, die dürfen auch trainieren, die wollen auch trainieren, die sind heiß auf das kommende Jahr und freuen sich auf sämtliche Events, die bereits anstehen bzw. noch kommen werden. Und das Ganze soll eigentlich nur ein relativ kurzes Informationsvideo werden. Im Hammer dessen gleich nochmal ein großes, großes Dankeschön an euch alle für das Überschreiten der mittlerweile 30.000 Videoaufrufe auf meinem Kanal. Also ich bin wirklich erstaunt, entsetzt und erfreut gleichzeitig. Wirklich richtig, richtig geile Sache. Gefällt mir sehr gut. Recht herzlichen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob ich euch mit sensationellen, fetten Gameplay-Videos aus Call-of-Duty versorgen werde, aber ich werde definitiv jeden Mittwoch ab 21 Uhr auf Twitch.tv streamen, auf meinem Channel twitch.tv slash outunline pbo underline viva. Der Link dazu, den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Zusätzlich werden natürlich auch einige Events meinerseits bestritten, das heißt weniger als Turnierteilnehmer, sondern als Moderator. Das heißt, ich werde versuchen, ich werde definitiv auf vier bis fünf Events im Laufe des Jahres dabei zu sein und euch aus der Moderationsbox aus dem Castor-Studio das Gameplay der Turnierteilnehmer näher zu bringen. Das Ganze läuft primär im Bereich Call-of-Duty. Natürlich auch im zweiten Halbjahr 2016 stehen natürlich wieder die Gamescom in Köln an und auf jeden Fall natürlich auch die Gamecity im Wiener Rathaus. Und es werden noch einige andere Events im Laufe des Jahres dazukommen, aber weitere Infos dazu bekommt ihr dann von mir in einem separaten Video oder in der Videobeschreibung in einem der nächsten Videos. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Hier auf YouTube, mich freut es wirklich 30.000 Views für meine Größe, sag ich mal wirklich sensationell, aber natürlich auch im Social Media Bereich tut sich bei mir einiges. Ich habe natürlich auch einen Facebook-Account, einen Twitter-Account und einen Instagram-Account. Es würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht auch dort folgen könntet. Somit verpasst ihr keine Neuerungen und keine Videos und keine Abläufe in meinem Gaming-Leben, meine Lieben. Was gibt es sonst noch zu sagen? Richtig, im heurigen Jahr wird auch das eine oder andere Anboxing-Video im Hardware-Bereich kommen und eine Tutorial-Serie, meine Lieben, und zwar im Bereich Streaming, Casten, Moderieren, YouTube etc. Ich bekomme regelmäßig Anfragen, welches Programm verwendest du, welche Kamera verwendest du, welche Software-Einstellungen benutzt du etc. und ich habe mir gedacht, ich bekomme so viele Anfragen, ich sage mal so 4, 5, 6 Anfragen pro Woche, dass es auf Zeit gesehen irre, irre mühsam ist, immer wieder jeden Einzelnen zu betreuen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich keinen Spaß daran habe, aber die Zeit fehlt mir dazu und ich glaube, das wird so im zweiten Quartal 2016 kommen, dass ich mich mal kurz hinsetzen werde und eine kleine Tutorial-Serie in dem Bereich starten werde und ja, ich hoffe, ihr habt Freude dann damit. In weiterer Folge wird auch noch die eine oder andere Let's Play-Serie kommen, das steht definitiv an, jetzt mit neuer Konsole, Playstation-Firmenstart und einigen netten Exklusivtiteln, die heuer im Laufe des Jahres auf den Markt kommen werden, wird sicher das eine oder andere coole Teil dabei sein, wo ich euch kommentiert durch die Story geleiten werde. Und sollte auch von eurer Seite aus Interesse zu irgendetwas Speziellem bestehen, würde es mich freuen, postet mir das in die Videokommentare, sagt mir, was ihr gerne sehen möchtet, wie ihr es gerne sehen möchtet, im Let's Play-Bereich, Unboxing-Bereich oder vielleicht so eine Art Together-Stream, dass wir gemeinsam einmal einen Streaming-Abend machen und dergleichen. Also ich würde mich freuen, postet es mir in die Kommentare und werdet versuchen, das eine oder andere für euch zu realisieren. Und das war es auch letztendlich auch schon, wie schon gesagt, es sollte auch nur ein ganz kurzes Informationsvideo werden. Meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, über einen Daumen nach oben und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal, euer Viva.